Hallo und herzlich willkommen im zweiten Basic-Video zum Videolernzyklus über die besonderen Punkte in einem Dreieck. Mein Name ist Philipp und ich werde heute mit dir in diesem Video den Inkreismittelpunkt und den Inkreis durchgehen. Die notwendigen Arbeitsmaterialien hast du hoffentlich von Basic 1 schon am Arbeitsplatz. Falls nicht, findest du sie hier nochmal aufgelistet und wenn du diese noch holen musst, dann pausiere das Video kurz und keine Sorge, ich warte auf dich. Damit du besser vergleichen kannst, ob du mit deiner Zeichnung richtig bist, nutzen wir das Koordinatensystem und bei diesem wählen wir eine Einheitsstrecke von einem Zentimeter. Eine häufige Fehlerquelle bei den besonderen Punkten im Dreieck ist die Genauigkeit bei der Konstruktion der verschiedenen Punkte. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, sehr genau mit dem Zirkel und dem Geodreieck zu arbeiten, damit die besonderen Punkte exakt bestimmt sind. Versuchen wir uns am Inkreismittelpunkt und am Inkreis. Das Beispiel dazu lautet, der Punkt A hat die Koordinaten 1, 2, der Punkt B hat die Koordinaten 8, 2 und der Punkt C hat die Koordinaten 3, 5, 8. Ich erkläre dir, wie man den Inkreismittelpunkt zeichnet und danach bist du dran. Als erstes benötigen wir ein kathesisches Koordinatensystem, damit wir die Eckpunkte des Dreiecks schön einzeichnen können. Danach können wir das Dreieck zeichnen und beschriften. Gut, kommen wir zum Inkreismittelpunkt. Der Inkreismittelpunkt ist der Schnittpunkt von allen drei Winkelsymmetralen im Dreieck. Fangen wir mit der Winkelsymmetrale vom Winkel Alpha an. Danach bestimmen wir die Winkelsymmetrale des Winkels Beta. Die beiden Winkelsymmetralen schneiden sich in einem Punkt. Wenn wir jetzt die dritte Winkelsymmetrale des Winkels Gamma einzeichnen, muss diese auch durch den Schnittpunkt der anderen beiden Winkelsymmetralen gehen. Dies ist eine sehr gute Kontrolle, ob du auch genau und richtig gezeichnet hast. Wenn man alle drei Winkelsymmetralen in das Dreieck eingezeichnet hat, dann entsteht ein Schnittpunkt der Dreieckgeraden. Und dieser Punkt wird als Inkreismittelpunkt bezeichnet. In unserem Beispiel hat der Inkreismittelpunkt die Koordinaten 4,4. Das Besondere an diesem Punkt ist, dass wenn man in diesen mit einem Zirkel einsticht und für den Radius, jetzt rot eingezeichnet, den Normalabstand zu einer der drei Dreieckseiten wählt, einen Kreis bekommt. Dieser liegt genau im Inneren des Dreiecks und berührt alle drei Dreieckseiten genau an einem Punkt. Dieser Kreis wird als Inkreis des Dreiecks bezeichnet. Wenn man den Inkreis so zeichnet, dass er nicht alle drei Seiten in einem Punkt schneidet, dann muss der Mittelpunkt nicht richtig sein. Es gibt dafür mehrere Fehlerquellen. Die erste Fehlerquelle können die Winkelsymmetralen sein. Deshalb solltest du mit Hilfe des Geodreiecks nachkontrollieren, ob die Winkel wirklich halbiert sind. Weiters solltest du überprüfen, ob sich wirklich alle drei Winkelsymmetralen genau in einem Punkt schneiden. Und zuletzt, ob der Radius wirklich der Normalabstand zu einer der drei Seiten ist. Versuche dich selbst am Inkreis-Mittelpunkt und am Inkreis. Das Beispiel dazu lautet, der Punkt A hat die Koordinaten 3,3, der Punkt B hat die Koordinaten 10,3 und der Punkt C hat die Koordinaten 5,5,9. Pausiere das Video kurz und versuche das Beispiel zum Inkreis-Mittelpunkt selbstständig zu lösen. Gut, kommen wir zu unserem Beispiel. Der erste Schritt ist wieder, die drei Eckpunkte des Dreiecks in das Koordinatensystem einzuzeichnen. Anschließend können wir das Dreieck zeichnen und beschriften. Danach zeichnen wir die Winkelsymmetralen in das Dreieck ein und erhalten den Inkreis-Mittelpunkt I als Schnittpunkt der drei Winkelsymmetralen. Dieser hat in diesem Beispiel die Koordinaten 6,5. Anschließend können wir wieder für den Radius des Kreises den Normalabstand, rot eingezeichnet, zu einer der drei Dreieckseiten wählen und erhalten so den Inkreis. Ich hoffe, du weißt nun, wie man den Inkreis-Mittelpunkt und den Inkreis in einem Dreieck bestimmt. Versuche, diese vielleicht noch in einem weiteren Dreieck einzuzeichnen. Ich hoffe, du weißt, wie man den Inkreis-Mittelpunkt und den Inkreis-Mittelpunkt. Ich hoffe, du weißt, wie man den Inkreis-Mittelpunkt.